Dani Büchner stellt Tochter bloß, muss dich waschen, stinkt doch alles. Suriname, in der neuen TV-Show Reality Queens müssen sich Promi-Damen durch den Regenwald kämpfen. Bereits in der zweiten Folge liegen bei Amy Ross, 25, und Patricia Blanco, 53, die Nerven blank. Das Verliererteam musste die Nacht in unbequemen Hängematten verbringen. Für Patricia sind ihre Haare jedoch das größte Problem. Eine Mischung aus Toupette und Alpaka, beschreibt Carina Spack, 27, das Frisurdrama nüchtern. Auch die Waschmöglichkeiten lassen zu wünschen übrig. Während sich DSDS-Ikone Claudia Haas, 32, im sumpfigen Teich wie Kleopatra, fühlt, hat Amy ganz andere Sorgen. Da kriegt ja jede Vaginalpilz, befürchtet sie beim Anblick des dreckigen Flusses. Der fließt ebenso durchs Gewinnercamp und sorgt auch hier für Probleme. Jolina, du musst dich waschen. Auch die Monika, weiß Dani Büchner, 45, ihre Tochter Jolina Karabas, 25, zurecht. Doch die verdreht nur angeekelt die Augen. Weil das stinkt doch alles, leg Dani nach und ergänzt, du hast früher ins Badewasser gepinkelt. Das sei genauso eklig gewesen wie der Teich. Reality Queens, der Zickenkrieg ist eröffnet. Beim Spiel geht der Zickenkrieg unter den Dschungeldievers so richtig los. Mit Schlamm wird auf Fotos der Kandidatinnen geworfen, bis diese herunterfallen. Die perfekte Grundlage, um offene Rechnungen zu begleichen. Ich hab das Gefühl, du magst mich nicht so, erklärt Dani, bevor sie auf das Bild von Sandra Sikora, 31, zielt. Carina entscheidet sich für Malisa Ruzio, 34, die sie auf Instagram als Schlampe bezeichnet hatte. Als Dani dann gegen Claudia schießt, ist die geschockt, hey, das war alles nur gespielt, versteht die 32-Jährige die Welt nicht mehr. Immerhin hätten sich die beiden bisher gut vertragen. Willkommen im Fernsehen, kommentiert Theresia Fischer, 31, gelassen. Team Green Gecko muss erneut ins Rüselcamp, wo der Tuken Carina plötzlich die Tränen kommen. Team Green Gecko muss erneut ins Rüselcamp, wo der Tuken Carina plötzlich die Tränen kommen.